In all the good times of my self, what the f- Hallöchen und willkommen zu meinem noch namenlosen Format. Der Inhalt dieses Formates ist halt, dass ich irgendwelche Events, Gameplay, Spiele oder was auch immer einfach ein bisschen übereditiere und versuche daraus ein sehr unterhaltsames Video zu machen. Dann würde ich sagen, let's go. Wooo. Nice. Plötzlich kam der Rest von Ihnen. Your Computer has virus. Moin Leute, Trimax hier. Hey, what happened? Seltsame Feminine sind auf der Insel zwar alles andere als ungewöhnlich, doch so etwas haben wir bisher noch nie erlebt. That's quite big. Was zum Teufel ist das denn? Berk. 3, 2, 1, GO! Everybody put your hands in the gear! Ha, ha, yo, yo, let's gooo! Wir gehen nach Holi, wir gehen nach Holi erstmal. Auch wenn es spannend, wir haben einen Kollegen, zwei Kollegen. Nice. Ah, oh mein Tresora. Mmmh! Ich bin verwirrt! Ahhhh! Wie ist er tot? Vanilla! Opfer! Wie ist er tot? Einbauen. Was ist ein Teufelschen Ding? Ah, Hilfe! Leck hier! Was ist das? Was ist das? Ich heiß Ufo, Alter! Ich heiße eine Version, Alter! Ich heiße eine Version, Alter! Ha! Ach, Mann, Alter! Der Bruder muss einfach an, das ist los! Aber es ist echt schön! Es ist am Glitzern, es ist am Funkeln! Ach, erst dahinter! Ach, erst dahinter! Hallo, Motherfucker! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Eine Railgun! Mal austesten! Ach, du heilige Scheiße! Was ist das? Das ist nur ein dicker Oschi! Oh Gott! Ein Glühwärmchen! Ach du Kacke! Was ist das? Oh Gott, Alter! Huiuiuiuiui! Da war's raus! Boah, ist der Hochgeführung, ach du Scheiße! Was hast du damit gemacht, Digga? Das sieht so kaputt aus! I'm fast as fuck, boi! Uuuuuh! Warte abzuhalten! Halt mal aufm Kopf! Uuuuh! Danke! Danke, eh! Raus hier, raus hier, raus hier! Komm, komm! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein! Oh Gott, bin ich behindert! Ab da kriege ich Liss! Oh Gott, Hilfe! Ah! Nein, nein, nein! Oh Gott! Nein! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ähm... Gatti! Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Achtung! Ja! Ja! Fliegen! Okay, okay! Das ist ein Gegner! Hinter! Oh! Gemacht? Jo! Ist da unten ist er! Jo! Jo! Das ist low! Ha! Genie! Hier sind einfach Profis! Hehehe! Achtung noch für den beiden? Ich dachte den Namen, du hast ja unten, hieß der? LOL, die leben? What the fuck? Die leben? Hilfe, ist das besessen? Da fuck! Ist das besessen, Maxis? Das Spiel wird einfach zu The Hunter, Junge. Rauf da, komm rauf da. 30er Hit? Das ist ein 3. Oh, ich seh. Oh fuck. Ich bin überhaupt scheiße. Ah, kacke. Was? Er war so low. Schade. Dika, ich... Alter, ich hab nochmal... 12 Sekunden später. Agent Stomz. Scheiße. Als wenn er echt so viel Leben hatte. Das war's mit der ersten Folge von dem neuen Format, was noch keinen Namen trägt bis jetzt. Und ich hab ein kleines Quiz für euch. Kann irgendjemand von euch erraten, was das hier für ein Song sein soll? Falls ihr wisst, welcher Song das gerade war, dann lasst einen Kommentar da mit dem Songnamen. Dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Haut rein. Und... Tschau! Der der ist... Oder was der der ist? FBI, open up!